Vital-Punkte sind Energie-Punkte, die man drücken kann oder wo man mit einer Nadel stechen kann und die einen Einfluss haben auf die Energien. Man spricht von Lebensenergie oder Vital-Energie und da, wo die Lebensenergie entweder besonders konzentriert ist oder da, wo sie besonders ausstrahlen kann, das sind Vital-Punkte. Ein Vital-Punkt ist auch eine Übersetzung von Begriff Zubos aus dem Shiatsu oder auch die Marmas im Ayurveda. Du kannst bestimmte Vital-Punkte drücken und das kann den Schmerz nehmen. Manchmal kannst du sogar intuitiv arbeiten. Angenommen, du hast Ellbogenschmerzen, dann könntest du auch schauen, wo du vielleicht deine Intuition dich hinführt. Drücke bestimmte Punkte, halte sie 10 Sekunden lang, gehe dann zum Nächsten über, halte 10 Sekunden lang und drücke dann wieder 10 Sekunden auf dem Nächsten. Oft wirst du genau die Vital-Punkte intuitiv finden, die dir helfen, den Schmerz zu reduzieren. Wenn du mehr darüber wissen willst, dann mach mal eine Marma-Massage-Ausbildung mit bei www.yoga-vidya.de www.yoga-vidya.de Drilage Eichfel